In diesem Kapitel möchte ich nun endlich etwas Farbe in unsere Szene bringen, denn bis jetzt waren ja alle Objekte ausgestattet mit diesem grauen Standardmaterial und die Einstellungen für dieses Material, die finden Sie in den Materialeigenschaften. Also wenn man hier ein Objekt ausgewählt hat, dann gibt es hier die Materialeinstellungen und können jetzt hier also verschiedene Sachen verarbeiten. Und hier können Sie jetzt also verschiedene Dinge einstellen. Also das Erste, was man hier einstellen kann, ist natürlich die Materialfarbe und die Grundfarbe, also diese graue Farbe, das ist die sogenannte Diffuse Color. Also wenn Sie hier mal runterscrollen, sehen Sie, es gibt hier zwei grundlegende Farbeinstellungen, also einmal Diffuse und Specular und Diffuse ist eben die Grundfarbe. Also wenn ich mal hier draufklicke, dann kann man hier genau über den Lampen auch die Farbe verändern, also hier zum Beispiel ein schönes Pink. Dann gibt es noch diesen Glanzpunkt, dieser sogenannte Specular und diese Specularity, da kann man auch die Farbe einstellen, hier unten. Wenn ich das jetzt mal blau einfärbe, dann haben wir hier also einen blauen Specular-Shader-Punkt oder grün oder gelb. Also je nachdem, wie die Specularity eingestellt ist, ist dieser Glanzpunkt auch farblich verändert. Nun bevor ich jetzt weiter auf die Specularity eingehe, vielleicht noch etwas mehr zu der grundlegenden Materialfarbe. Also ich erzeuge jetzt mal noch ein zweites Objekt, also ich schiebe den Würfel etwas beiseite und vielleicht erstmal noch einen Fußboden. So, und dann noch den Monkey als Testobjekt. Also so. Dann sollte dieser Monkey auch schön weich sein, also kriegt er die Subdivision Surface und Smooth Shading. Dann nehme ich die Kamera und gehe hier etwas näher ran. So, gut, also jetzt haben wir hier diesen pinken Würfel und wir haben immer noch eine graue Oberfläche und diesen grauen Kopf. So, wenn ich jetzt mal den Monkey auswähle, dann sieht man, dass der im Moment gar kein Material verwendet. Also der Standardwürfel im Blender, der verwendet ein Material. Wenn ich ein neues Objekt erstelle, dann verwendet dieses Objekt noch kein Material. Also Sie merken schon, diese Terminologie von User, Verwenden und Link und so, das ist eben auch beim Material der Fall. Also genauso wie ein Mesh oder ein Objekt eine bestimmte Mesh-Data, ein Object-Data verwenden kann, kann ein Objekt auch ein Material verwenden. So, das heißt, ich kann jetzt diesem Monkey Head auch ein Material zuweisen. Und zwar entweder, indem ich mit dem großen Button hier ein neues Material erstelle oder indem ich aus der Liste hier ein Material auswähle, was wir schon in unserer Szene haben. Also zum Beispiel dieses Material. Und Sie sehen schon hier, dieses Material hat jetzt zwei User, sodass wenn ich jetzt die Farbe von dem Monkey verändern will, von pink auf grün, dann wirkt sich das jetzt auf beide Objekte aus. Weil beide Objekte das gleiche Material verwenden. Ist ja eigentlich logisch. So, um jetzt diesen Monkey einzeln einstellen zu können, kann ich zwei Sachen machen. Ich kann entweder den Link zu diesem Material löschen mit diesem X und dann ein neues Material erstellen. Ich wähle nochmal dieses Material aus. Oder ich kann auch aus diesem Material ein neues Material erstellen. Und zwar, wenn ich hier auf diese 2 klicke, dann wurde dieses Material jetzt dupliziert und zwar mit den gleichen Eigenschaften. Und ist jetzt aber keine Instanz mehr, sondern eben ein eigenständiger Datensatz, den ich jetzt bearbeiten kann und wiederum pink machen, sodass ich jetzt hier zwei Objekte habe mit zwei verschiedenen Materialien. Also einmal dieser Monkey mit Material 002 und ich nenne das jetzt mal pink. Und dann dieses Material, was noch Material heißt, das nenne ich jetzt grün. So, also zwei verschiedene Materialien mit ganz unterschiedlichen Einstellungen. Wenn man das jetzt rendert, dann ist natürlich der Monkey pink und das ist hier grün. Logisch. So, aber was hat es jetzt mit dieser zweiten Farbe auf sich, mit der Specularity? Nun diese Specular Color, diese Specularity, das ist im Grunde nur ein Trick, der im 3D-Bereich angewendet wird, um Spiegelungen zu faken. Also wenn ich mal diesen Glanzpunkt, den man hier sieht, wenn ich den mal wegnehme, und das kann ich tun, indem ich die Intensität auf 0 setze, dann ist das jetzt im Grunde ein mattes Material. Und vorher hatte ich hier ein glänzendes Material. Also die Specularity, das sind die Glanzpunkte. Und diesen Effekt, den haben wir im wirklichen Leben ja auch. Also es gibt ja Materialien, die zwar nicht ganz spiegelnd sind, die aber dennoch so glänzen, dass die hellsten Punkte im Raum sich darin spiegeln. Und das ist in der Regel dann die Lichtquelle oder die, also die Lampe oder das Fenster. Und diese hellen Objekte, die spiegeln sich dann eben in der Oberfläche und das ist dann dieser Glanzpunkt. Und Spiegelungen im 3D-Raum zu berechnen, ist sehr aufwendig und kostet sehr viel Rechenzeit. Und das ist heutzutage natürlich nicht mehr so schlimm, weil die Rechner sehr viel stärker sind. Aber vor ein paar Jahren, als die Rechner noch sehr viel schwächer waren, da war eben diese Specularity ein wichtiger Trick, um Spiegelungen zu faken. Also wenn man einfach nur ein Material haben wollte, was glänzt oder was glänzend aussieht, dann konnte man diese Specularity einsetzen. Und diese Specularity hat dann eben diese Glanzpunkte erzeugt. Und diese Glanzpunkte, die hängen tatsächlich auch von Lichtquellen ab. Das heißt, wenn ich das jetzt mal rendere, dann sieht man hier diesen Glanzpunkt hier rechts oben. Und wenn ich jetzt aber diese Lampe nehme und dupliziere und hier rüber bewege, also Shift-D und jetzt mal hier drüben positioniere und ich das jetzt rendere, dann sieht man auch hier jetzt diesen Glanz. Und diese Glanzpunkte, die reagieren auch auf Farben. Das heißt, wenn ich jetzt diese Lampe hier rechts oben etwas wärmer einstelle und die hier dann etwas kälter, dann ist es also nicht nur interessanter zum Anschauen, sondern es wirkt sich auch auf diese Glanzpunkte aus. Also das hier ist jetzt orange und das ist eher bläulich. Und wie gesagt, wenn man diese Specularity auf Nullen setzt, dann fällt dieser Glanzeffekt weg. Und damit hat man dann ein mattes Material. Also ist diese Specularity eine der wichtigsten Einstellungen überhaupt, um die Materialien zu definieren. Denn je stärker ein Material ist, desto glatter ist es im Grunde auch. Also wenn ein Material nicht glänzt, dann hat es eine viel mattere und rauere Oberfläche, als wenn ich hier so ein glattes und glänzendes Material habe. Und diese Specularity, die ist wie gesagt sehr schnell zu berechnen, da eben das Einzige, was hier geschaut wird, ist, wo sind diese Lichtquellen, wie hell sind die und welche Farben haben die. Und das kann man eben sehr viel schneller berechnen, als wenn tatsächlich der ganze Umraum gespiegelt wird. Und allein durch diese Specularity kann man eben die Beschaffenheit von einem Material definieren. Wenn ich hier also mal einen zweiten Monkey habe, der das gleiche Material, beziehungsweise die gleiche Diffuse Color verwendet, und aber die Specularity anders einstelle, um das tun zu können, muss ich natürlich erstmal hier dieses pinke Material duplizieren. Also nehme ich erstmal pink matt. Und pink matt soll also keine Specularity haben, sodass ich jetzt also zwei völlig unterschiedliche Materialien habe. Die sind zwar beide pink, aber das eine ist halt eher wie so ein Plastikmaterial, was glänzt, und das andere ein mattes Material. Nun kann man nicht nur kontrollieren, wie stark ein Material glänzt, sondern auch wie hart ein Material ist, oder wie hart der Glanz ist. Und zwar, wenn ich hier nochmal runterscrole, dann gibt es noch einen weiteren Regler bei der Specularity, nämlich die sogenannte Hardness. Und die Hardness, die stellt eben ein, wie hart ist ein Objekt. Wenn man sich jetzt mal eine Boning-Kugel vorstellt, dann ist die sehr hart, hat eine sehr harte und glatte Oberfläche. Deswegen könnte ich hier jetzt die Hardness erhöhen. Und man sieht also schon sehr schön in der Vorschau, wie sich hier dieser Glanzpunkt verändert. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Hardness von 300 verwende, dann ist das also eine ganz andere Beschaffenheit von dem Material als vorher. Umgekehrt, wenn die Hardness auf zum Beispiel 9 gestellt wird, dann verteilt sich dieser Glanzpunkt also über eine sehr große Fläche und man hat hier natürlich jetzt ein ganz anderes Material. Also diese Specularity-Einstellung, die ist dabei ganz wichtig, um die Materialien zu definieren. Also wenn man zum Beispiel eine Intensität von 0,1 oder noch weniger hat und eine Hardness von 9 oder geringer, dann ist das also nur ein ganz leichter Glanz hier. Und sobald ich die Hardness hochstelle, verändert sich das Ganze wieder. Man kann natürlich auch richtige Spiegelungen einstellen. Also man ist da nicht auf die Specularity beschränkt. Man kann auch wirklich sich Objekte ineinander spiegeln lassen. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Monkey auswähle, dann kann ich hier in diesem Pink-Material etwas weiter runter scrollen. Ich klappe diese ganzen Einstellungen mal ein. Die brauchen wir jetzt nicht. Und hier gibt es jetzt also eine Checkbox namens Mirror, also Spiegelung. Und wenn ich die einschalte, dann kann ich hier auch bestimmte Sachen einstellen, zum Beispiel die Reflektivität. Und wenn die Reflektivität auf 1 gestellt ist, dann habe ich im Grunde einen perfekten Spiegel. Und logischerweise, wenn ich die Reflektivität verringere, dann habe ich hier einen Mix aus einer spiegelnden Oberfläche, die aber trotzdem noch ihre Farbigkeit darunter auch anzeigt. Und mit dieser Reflektivität kann man dann rumspielen, bis man das gewünschte Ergebnis hat, sodass man jetzt hier also zum Beispiel eine pinke, aber trotzdem spiegelnde, sehr stark glänzende Oberfläche hat. Bestimmte Materialien haben dann auch einen Einfluss auf die Farbe der Spiegelung, sind allerdings sehr wenige Materialien. Aber Gold ist zum Beispiel eines der Materialien, die die Spiegelung auch einfärben. Also könnte man hier jetzt auch die Farbe verändern, sodass diese Spiegelung jetzt hier, ich mal etwas übertreibe, dann auch gelblich eingefärbt wird. Oder vielleicht sollte ich das mal auf Pink setzen, dass also hier ein pinkes Material die Spiegelung dann auch pink einfärbt. Aber in der Regel passiert das nicht, das ist nur bei einigen Materialien der Fall. Also meistens ist es genauso wie bei der Specularity auch, dass die Spiegelung der Oberfläche nicht die Farbe der Spiegelung beeinflusst. Also meistens hat man hier eben nur die Intensität der Spiegelung, die hier eingestellt wird. Man kann natürlich noch die Qualität der Spiegelung beeinflussen oder die Art, wie und was gespiegelt wird. Und zwar gibt es da zwei Einstellungen, die hier ganz wichtig sind. Das eine ist Fresnel und das andere ist Glossiness. Fangen wir mal mit Fresnel an. Also wenn man hier eine Reflektivität von 70% hat, dann sieht das Ganze also so aus. Und dann gibt es aber auch Materialien, die nur da spiegeln, wo die Oberfläche vom Betrachter wegweist. Und ein ganz bekanntes Beispiel für diesen Fresnel-Effekt ist eine heiße Straße im Sommer. Sie kennen das vielleicht, wenn man eine Straße hat oder auf einer Straße steht, die sehr heiß ist und diese Straße ist sehr lang, dann kann es eben passieren, dass in einem sehr flachen Winkel, also relativ weit weg vom Betrachter, dass dann die Straße spiegelt. Das liegt dann sowohl an der Hitze und an der heißen Oberfläche von dieser Straße, aber auch am Betrachtungswinkel. Also wenn man dann von oben auf diese Straße schaut, dann spiegelt die natürlich nicht. Also nur bei einem sehr, sehr flachen Winkel der Betrachtung, da fängt dann diese Straße an zu spiegeln. Und das ist dieser Fresnel-Effekt und den kann man hier auch erzeugen, indem ich hier den Fresnel-Wert mal auf 1 setze. Das wird noch sehr dezent sein, aber vielleicht sieht man hier schon, dass die Spiegelung ein wenig abnimmt und wenn ich diese Fresnel-Einstellung erhöhe, das Maximum ist hier 5. Hups, falscher Regler. Also Fresnel auf 5 Sätze, das ist das Maximum. Dann sieht man jetzt hier, dass die Oberfläche da, wo man direkt drauf schaut, kaum spiegelt und nur hier an den Seiten, da hat man jetzt auch so einen kleinen Effekt von dieser Spiegelung. Also alle Oberflächen, wo die Flächen hier vom Betrachter wegweisen, die spiegeln jetzt. Hier sieht man das auch sehr schön und wenn ich jetzt hier diesen Fresnel-Wert auf die Mitte stelle, also 3, dann hat man hier also in der Mitte eine Gegend, die weniger spiegelt und die Spiegelung nimmt halt dann da hinzu, wo die Oberfläche vom Betrachter wegweist. Diesen Effekt, den kann man auch in der Vorschau sehen. Also hier sieht man das vielleicht noch besser als hier in unserem Rendering. Also man hat hier bei den Flächen, die zum Betrachter hinweisen, eine viel geringere Spiegelung als bei diesen nach außen weisenden Flächen. Und diesen Übergang zwischen Spiegelung und keiner Spiegelung, den kann man also einmal mit diesem Fresnel-Wert beeinflussen und aber auch mit diesem Blend-Wert. Also dieser Blend-Wert, der stellt dann auch ein, wie der Verlauf ist zwischen Spiegelung und keiner Spiegelung, sodass man hier also sowohl diesen Fresnel-Wert verstellen kann als auch diesen Blend-Faktor, um diesen Effekt zu kontrollieren. Eine weitere ganz wichtige Einstellung, die man für diese Spiegelung vornehmen kann, ist der Wert der Glossiness, also der Gloss-Amount. Wenn diese Glossiness, also der Glanz-Faktor, wenn der auf 1 steht, dann habe ich hier so eine perfekte glänzende, spiegelnde Oberfläche. Und wenn ich diesen Gloss-Amount verringere, dann wird daraus hier so eine unscharfe Spiegelung. Man findet das auch häufig wieder unter dem Begriff Blurry Reflections, also unscharfe Spiegelung. Und diesen Effekt, den findet man bei bestimmten Materialien, also raues, aber dennoch glänzendes Plastik, sieht zum Beispiel so aus. Das könnte man kombinieren mit einem Fresnel-Wert. Also so zum Beispiel, also wie so ein matter Glanz. Und um jetzt hier die Qualität zu erhöhen, kann man hier bei diesem Glossiness-Wert auch die Samples erhöhen. Also bei 18 Samples rendert das noch relativ fix, aber die Qualität ist auch nicht so gut. Also es ist, wenn ich hier einen relativ niedrigen Glossiness-Wert verwende, dann kann das Ganze etwas körnig aussehen. Also um hier jetzt die Qualität zu erhöhen, müsste ich diesen Wert auf zum Beispiel auf 32 stellen. Aber das rendert dann auch schon länger als vorher. Aber hier, das ist jetzt eine sehr schöne, matt glänzende Oberfläche und rendert auch nicht allzu lange. Neben der Spiegelung gibt es noch eine weitere Material-Eigenschaft, die Raytracing verwendet. Und das ist die Transparenz. Also wenn ich jetzt mal dieses Modell hier auswähle und hier eine Transparenz einstelle, dann kann ich das tun, indem ich hier die Checkbox setze und habe jetzt zwei Varianten. Einmal Set-Transparency und Raytrace. Und ich fange jetzt mal hier mit an. Und wenn ich jetzt hier Raytrace einstelle, und einen Haken bei Transparenz mache und das rendere, dann tut sich erst mal gar nichts. Und das liegt daran, dass ich erst noch die Transparenz einstellen muss, indem ich hier den Alpha-Wert verringere. Der Alpha-Kanal ist immer der Kanal, der eine Transparenz eingibt. Und das ist sowohl bei Bildern so. Also wenn ich bei Bildern eine Transparenz speichere, dann speichere ich immer vier Kanäle, also Rot, Grün, Blau und eben diesen Alpha-Kanal. Und dieser Alpha-Wert, der wird jetzt auch bei Materialien verwendet, um die Transparenz oder die Durchsichtigkeit anzugeben. Also wenn der Alpha-Wert eins ist, dann ist das Material opak, also komplett deckend, also nichts ist transparent. Und wenn ich den Alpha-Wert auf 0,5 setze zum Beispiel, dann sieht man hier oben schon, das ist jetzt so halb lichtdurchlässig, also so wie hier. Und wenn ich den Alpha-Wert auf null stelle, dann ist das Material also komplett durchsichtig, ganz transparent und man kann hier jetzt eben nicht durchsehen. Kleine Ausnahme sind diese merkwürdigen schwarzen Flecke. Und was es damit auf sich hat, dazu komme ich noch. Vorher möchte ich noch auf eine andere Sache aufmerksam machen. Und das ist die Tatsache, dass das Licht hier jetzt einfach so durchgeht und nicht gebrochen wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Glasmaterial erstellen möchte, dann könnte ich mir jetzt erst mal denken, gut, stelle ich hier Transparenz ein und mache das komplett durchsichtig, also Alpha-Wert auf null. Aber es sieht eben noch nicht wie Glas aus. Und das liegt daran, dass Glas oder auch Wasser, also die meisten transparenten Materialien, haben einen sogenannten Brechungsindex. Kennt man ja, wenn man ein Aquarium hat und hält da einen Bleistift rein, dann sieht es aus, als würde dieser Bleistift in der Mitte gebrochen werden, also da, wo er die Wasseroberfläche durchdringt. Und das liegt an diesem Brechungsindex. Und das ist der sogenannte Index of Refraction. Den kann man hier einstellen, IOR. Und wenn der auf 1 stellt, dann wird das Licht nicht gebrochen, wenn es durch dieses Material hindurch geht. Und wenn ich das jetzt auf 1,5 stelle, und das ist so mit der normale Brechungsindex für ein Glasmaterial, dann sieht man schon hier in der Vorschau, wie jetzt dieses Raster, dieses Checkerboard, dieses Schachbrettmuster hier gebrochen wird. Und wenn ich jetzt mal den Affennehmen etwas weiter nach hinten schiebe, damit der etwas mehr vor diesem Würfel sitzt, dann kann man das vielleicht besser sehen. Wenn ich jetzt also diesen Index of Refraction auf 1,5 gestellt habe und das nochmal rendere, dann sieht das also schon ganz anders aus und sieht jetzt viel mehr aus, wie eine Glasoberfläche, als wie wenn ich hier diesen Index of Refraction bei 1 hatte. Also das sieht also völlig unnatürlich aus, aber sobald dieser Index of Refraction größer als 1 ist, dann habe ich hier diese Brechung. Und ein Index of Refraction von 1,3, das ist so ziemlich der Wert, den man bei Wasser erwarten würde und bei Glas ist, wie gesagt, zwischen 1,5 und 1,6. Und jetzt komme ich zu diesen schwarzen Stellen hier. Diese schwarzen Bereiche, die haben mit zwei Sachen zu tun. Einmal damit, dass hier unten ist es einfach schwarz, also hier ist kein Licht, deswegen ist es da schwarz. Und durch diese Brechung wird das Licht also so geleitet, dass diese schwarzen Bereiche jetzt sich hier oben quasi widerspiegeln. Also es ist keine Spiegelung, aber durch die Brechung erscheint eben diese schwarze Fläche von dem Schatten hier unten da oben. Der andere Grund ist aber auch, dass die Tiefe nicht hoch genug ist. Also die Strahlen, die hier auf diese Oberfläche treffen, die gehen nicht bis ganz durch das Glas durch. Und das ist eine ganz wichtige Einstellung für die Transparenz. Man kann hier die Depths einstellen, also die Tiefe. Und die gibt eben an, durch wie viele Oberflächen ein Strahl, der von der Kamera ausgesandt wird, durchgehen darf, bevor er dann die Oberfläche darstellt, auf die er dann zuletzt auftrifft. Sodass, wenn die Tiefe hier auf 1 steht, dann sieht es also ganz anders aus. und das liegt daran, dass bei der Oberfläche, die hinter dem ersten Auftreffen auf die erste Oberfläche ist, eben diese Spiegelung entsteht. Aber dadurch, dass Glas ja tiefer ist und aus 2, beziehungsweise je nachdem, wie hier die Überschneidungen sind, aus mehreren Schichten besteht, müsste man die Tiefe erhöhen, damit Blender also ganz durch dieses Glas durchgucken kann und uns dann das rendern kann, was hier sich dahinter befindet. Also stelle ich die Tiefe mal auf 4 und rendere das jetzt und Sie sehen, dass zwar hier oben immer noch diese schwarzen Flächen sind, aber hier kann ich jetzt wirklich viel weiter durch dieses Objekt hindurch gucken und um jetzt diese schwarzen Flächen wegzukriegen, müsste ich dafür sorgen, dass hier, da wo dieses Objekt über dem Fußboden ist, dass da kein so schwarzer Schatten mehr vorherrscht und das kann man zum Beispiel tun, indem ich einfach ein leichtes Environment Lighting einschalte. Also gehe ich hier hin und aktiviere Environment Lighting, stelle die Energie aber auf etwas Niedriges, also zum Beispiel 0,2, rendere nochmal und siehe da, hier haben wir jetzt also nicht mehr völlig schwarze Bereiche, sondern diese grauen Bereiche, die durch dieses Environment Lighting erleuchtet werden. Aber die Renderzeit, die hat sich jetzt auch dramatisch erhöht, also besonders die Kombination aus Environment Lighting und Raytracing, insbesondere bei der Transparenz, die wirkt sich also sehr dramatisch auf die Renderzeiten aus. So, aber eine Sache ist auch ganz wichtig bei einem Glasmaterial, denn Glas ist ja nicht nur transparent, sondern es spiegelt auch. Also hier müssen wir, damit das Ganze realistisch ist, müssen wir endlich zwei Sachen einstellen, also einmal die Transparenz, Raytracing, Index of Refraction, eine Tiefe, die hier groß genug ist und natürlich auch Mirroring. Und bei Mirroring muss man bei Blender aufpassen, wenn ich jetzt hier die Reflektivität auf 1 stellen würde, dann würde diese Spiegelung, die Transparenz völlig überschreiben, gewissermaßen. Also wenn ich das jetzt rendere, dann habe ich zum einen jetzt Renderzeiten, die deutlich darüber liegen, was wir vorher hatten, also bei über einer halben Minute und ich sehe aber auch überhaupt nichts mehr von meiner Transparenz. also das, was ich hier sehe, das ist einfach nur noch die reine Spiegelung und daher ist es im Blender, bei dem internen Renderer also so, dass man die Reflektivität so einstellt, dass sowohl die Transparenz zu sehen ist, als auch die Spiegelung. Und das ist bei einem Wert von circa 0,2 oder sowas in der Ecke der Fall, 0,17 bis 0,2, 0,23, also das muss man einfach ausprobieren. Und jetzt, wenn ich das jetzt rendere, dann hat man also sowohl diesen Effekt der Spiegelung als auch diese Transparenz. Und Sie sehen schon, das rendert zwar lange, das sieht jetzt aber auch wirklich wie ein Glaskopf aus. Und Sie sehen aber auch, dass wir diese Qualität und diese realistische Glasdarstellung teuer erkaufen mit relativ langen Renderzeiten. Und es gibt natürlich auch Materialien, da hätte man gerne eine Transparenz und braucht aber nicht diesen Index of Refraction und auch nicht diesen Realismus. Und wenn es wirklich nur darum geht, eine Oberfläche zu erzeugen, die transparent ist, durch die man hindurchgucken kann, dann reicht es manchmal aus, wenn man statt Raytracing, wenn man dieses Z-Transparency verwendet. Ich stelle das jetzt mal auf Z-Transparency und rendere das. Und wir haben jetzt zwar diese Transparenz hier hergestellt, aber da wir jetzt hier diesen Alpha-Wert von 0 verwenden und dieser Index of Refraction und dieses Raytracing nicht zum Tragen kommt, sehen wir hier einfach gar nichts mehr. Also wenn wir so noch diesen Schatten, also nicht mal die Spiegelung wird mehr dargestellt, also diese Z-Transparency ist für Glasoberflächen daher nicht geeignet, aber wenn es nur darum geht, bestimmte Oberflächen und Materialien einfach nur transparent darzustellen oder auch halbtransparent, dann kann man dieses Z-Transparency benutzen. Und Z deswegen, weil es wird der Winkel überprüft von der Kamera in die Szene hinein und ich breche das jetzt mal ab, sehen ja, was passiert. Es wird also hier, wenn ich mir mal die lokalen Koordinaten anschaue, dann wird also diese Z-Achse von der Kamera verfolgt und ausgehend von dieser Z-Achse von der Kamera haben diese Punkte oder diese Oberflächen eine bestimmte Tiefe, haben also einen bestimmten Wert auf dieser Z-Achse, also diese Entfernung von dieser Oberfläche zur Kamera und einfach nur durch Überprüfen von der Tiefe von diesem Objekt im Raum kann dann eben eine Transparenz erzeugt werden, ohne dass man dafür Raytracing verwendet. Und wenn ich hier jetzt mal Mirroring ausstelle und wir jetzt also nur noch die Z-Transparenz haben, dann rennt das also auch sehr, sehr schnell. Und da wir diese Spiegelung vorher sowieso nicht gesehen haben, ist das also wirklich genug, wenn es nur darum geht, eine Oberfläche so transparent oder halbtransparent darzustellen. Eine Besonderheit ist, dass man, wenn man eine Specularity hat, dann würde man diesen Specular Highlight auch sehen, selbst wenn das Material komplett transparent ist, also wenn ich hier bei der Specularity mal die Intensität wieder hochstelle, dann können Sie hier also diese Glanzlichter sehen, man kann also dadurch erkennen, dass hier ein transparentes Objekt ist, wo aber trotzdem dieser Glanz noch herrscht und das kann das auch für bestimmte Effekte ganz hilfreich sein. Wenn man das nicht haben will, dann kann man hier die Specularity auf 0 setzen und dann wird genauso wie vorher einfach gar nichts mehr dargestellt. Also dann wird nicht mal mehr ein Schatten erzeugt. Diese Tiefeneinstellung, die finden Sie auch bei der Spiegelung, aber hier ist es nicht ganz so wichtig, in der Regel kann man sogar die Tiefe auf 1 stellen, denn hier geht es nur darum, ob sich Spiegelungen in einer Spiegelung spiegeln. Also wenn ich jetzt für den Fußboden auch eine Spiegelung einstelle, also neues Material, aktiviere jetzt hier die Spiegelung und setze den Depth-Wert, also den Tiefenwert, wie oft sich Materialien gegenseitig ineinander spiegeln können, auf 0. Und damit das Ganze jetzt noch ein bisschen schneller geht, setze ich jetzt hier mal bei dem Monkey die Transparenz und Mirror auf aus, damit das schneller rendert. Und jetzt drücke ich mal F12 und man kann also sehen, dass hier sich diese Modelle sich in dem Fußboden, also in dieser Spiegelplatte spiegeln. Auch hier haben wir die Spiegelung, aber wenn man sich jetzt das mal anschaut, dann kann man die Spiegelung der Spiegelung nicht sehen. Vielleicht kann man das etwas deutlicher machen, wenn ich hier die Glossiness mal ausschalte, also, beziehungsweise die Glossiness auf 1 stelle und Fresnel auf 1, damit ich hier die Spiegelung etwas deutlicher sehe. Also hier habe ich jetzt ganz deutlich eine Spiegelung in dieser Oberfläche, aber hier im Fußboden sieht man diese Spiegelung auf dieser Oberfläche von dem Affen nicht. Und das liegt daran, dass hier also die Depth auf 0 gesetzt ist, das heißt, das Einzige, was spiegelt, ist eben das Objekt, aber die Spiegelung der Spiegelung, die spiegelt sich dann nicht. Das ist vielleicht jetzt etwas verwirrend, aber kann eben dazu dienen, um Zeit zu sparen. Sodass, wenn ich jetzt hier beim Fußboden die Spiegeltiefe auf 1 setze, dann werde ich den ersten Teil der Spiegelung hier wieder sehen, aber die Spiegelung der Spiegelung in der Spiegelung sehe ich immer noch nicht. Also, Sie sehen schon, da reicht es eigentlich aus, wenn man eine Tiefe von 1 hat, um auch noch die Spiegelung zu sehen und sobald man jetzt die Qualität erhöht, also die Tiefe noch höher stellt, auf 2, dann sieht man dann auch, wie sich die Spiegelung der Spiegelung in der Spiegelung spiegelt. Aber, also in der Regel ist für einen Spiegeleffekt reicht diese Standard-Einstellung von 2 wirklich aus und um Zeit zu sparen, kann man das Ganze noch auf 1 runtersetzen. In der Regel ist das auch ausreichend und hier sehen Sie jetzt den Unterschied, also hier sieht man jetzt auch diesen etwas matteren Effekt der Spiegelung der Spiegelung in der Spiegelung. Okay, aber also soweit mal zu Spiegelung und Transparenz. Als nächstes möchte ich noch ein paar der anderen Eigenschaften kurz anreißen. Also, ich klappe mal Spiegelung und Transparenz wieder ein. Die Specularity und Diffuse Color, die hatten wir schon besprochen. Es gibt hier verschiedene Shader-Modelle, auf die möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. hier in den Shading-Eigenschaften, da kann man noch zum Beispiel einstellen, dass gar kein Shading verwendet wird. Also, wenn ich ein Material auf Shadeless stelle, mit diesem Häkchen hier, dann sieht man zwar die Spiegelung, aber die Effekte von dem Licht greifen nicht mehr. Also, das heißt, ich habe jetzt hier die Helligkeit, das ist einfach die Farbe von der Diffuse Color und auch ein Schatten wird nicht mehr angewendet. Und wenn ich jetzt mal Spiegelung ausschalte und nochmal rendere, dann habe ich jetzt also einfach nur eine rosa Form hier, die überhaupt nicht definiert wird, da keinerlei Schatten- oder Lichteffekte hier zum Tragen kommen. So, ich schalte jetzt Shadeless nochmal aus. Eine andere Einstellung, die auch noch interessant ist, ist Emit. Emit wird jetzt einen ganz ähnlichen Effekt haben. Wenn ich Emit auf 1 stelle, dann habe ich wieder hier diese sehr helle rosa Farbe, aber im Unterschied zu Shadeless, man sieht hier trotzdem noch diese Specular Color. Und dieser Emitwert, der versucht eben zu simulieren, dass dieses Material selber auch Licht aussendet. Also das ist ein selbstleuchtendes Material. Die Einschränkung hier ist allerdings, dass hier kein Licht, also keine Beleuchtung stattfindet. Also obwohl das Material jetzt hell ist und selber zu leuchten scheint, werden die anderen Objekte von diesem selbstleuchtenden Material nicht erleuchtet. Also das ist einfach nur dazu da, um selber hell zu erscheinen. dann Ambient, also dieser Wert, der legt fest, ob ein Material auf Ambient Occlusion reagiert oder auf Environment Lighting oder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Ambient Wert auf 0 stelle, dann sieht man hier, ist es jetzt ganz schwarz. Das liegt daran, dass jetzt diese, dieses Environment Lighting, was wir hier verwenden, das wirkt sich auf dieses Objekt nicht aus, eben weil die Ambient Color oder dieser Ambient Faktor auf 0 gestellt ist. Dann gibt es noch verschiedene andere Einstellungen, wie zum Beispiel Subsurface Scattering. Das ist für Haut ganz interessant. Vielleicht ganz kurz, wenn Sie hier ein Häkchen setzen und jetzt rendern, dann wird ein sogenannter Pre-Pass erst erstellt, also eine Vorberechnung. Diese Vorberechnung, die wird im Anschluss dann mit dem Material verrechnet und hier sehen Sie jetzt, wie das so leicht durchscheinend aussieht, also als wenn hier das Licht in die Oberfläche eindringt, also sieht also ein bisschen wie Haut aus. Es gibt jetzt viele Einstellungen und wenn man mit diesen Einstellungen rumspielt, dann wird sich auch dieser Effekt verändern, aber das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, deswegen will ich jetzt hier nicht weiter darauf eingehen. Ganz kurz vielleicht, es gibt Presets, also wenn Sie das jetzt hier auf Milk stellen, also auf Milch, dann sieht das Ganze jetzt etwas anders aus, also das ist jetzt noch durchscheinender, also hat eine etwas milchige Oberfläche. Aber auch Subsurface Scattering wirkt sich ganz enorm auf die Renderzeit aus, also das dauert auch, bis es berechnet werden kann, ist also mit Vorsicht zu genießen. Aber auch ein sehr schöner Effekt. Strand wird uns später beim Haarmaterial wieder begegnen, das sind also spezielle Einstellungen für Haare. Dann in den Optionen kann man einstellen, ob ein Objekt überhaupt traceable ist, also ob das vom Raytracing erkannt wird oder nicht. Also wenn ich hier den Haken raussetze, dann dürfte jetzt hier auch dieses Raytracing nicht funktionieren, sodass jetzt hier in dieser Spiegeloberfläche zwar dieser Affenkopf erscheint, dieser hier aber nicht, weil das Raytracing dieses Material jetzt nicht sieht. Also dieses Material ist unsichtbar für diesen Raytracing-Prozess. Man kann auch einstellen, dass das Material keine Schatten aufnehmen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Fußboden auswähle und mal Mirroring ausschalte, dafür aber Receive Shadows ausschalte, dann hat man hier jetzt also eine Oberfläche, die auch ganz merkwürdig aussieht, also keinerlei Schattenwurf ist hier erkennbar. Sobald ich es wieder anschalte, sieht man jetzt also diese Schatten von den Objekten. So und dieses Wissen über diese Materialien möchte ich jetzt in unserer kleinen Wohnzimmerszene anwenden. Deswegen öffne ich jetzt die andere Szene und kann Ihnen dann zeigen, wie Sie diese Materialien praktisch einsetzen. So, also ich habe jetzt mal hier unser Wohnzimmer geöffnet und habe mir auch erlaubt, schon mal zwei Weingläser auf den Tisch zu stellen, denn wir wollen ja später noch unser Glasmaterial ausprobieren. So, aber vielleicht fangen wir an mit dem Tisch, das dürfte relativ einfach sein. Für den Tisch möchte ich ein ganz simples weißes, glänzendes Material haben. Also gehe ich hier mal zu den Materialanstellungen. Neues Material, das nenne ich jetzt weißer Lack. Und als allererstes würde ich dafür jetzt die Diffuse Color auf weiß stellen. Die Intensität würde ich hier vielleicht ein bisschen erhöhen, also weiße Lackfarbe. Und dieser Lack, der soll auch diese Glanzlichter haben, allerdings nicht ganz so extrem wie hier. Deswegen würde ich einmal die Intensität etwas runter regeln und die Hardness erhöhen. Also vielleicht schauen wir mal bei 150. Ja, das könnte gut aussehen. So, mal schauen. ist der Unterschied natürlich noch nicht so groß, weil so dolle unterscheidet sich dieses Material von den anderen nicht. Also das Einzige ist, es erscheint vielleicht ein klein wenig heller hier. Aber da wir diese farbigen Lichtquellen haben, ist es natürlich jetzt kein rein weißes Material, sondern würde dann erst später im Kontrast mit anderen Materialien eventuell dann weiß erscheinen. So, damit wir jetzt nicht nur dieses weiße Material haben, können wir zum Beispiel für das Sofa ein anderes Material erstellen, also New, nenne ich jetzt auch mal Sofa Bezug und jetzt weiß ich nicht, vielleicht könnte das ein roter Sofa Bezug sein. Also stelle ich hier mal eine rote Diffuse Color ein. Vielleicht ein bisschen orange rot. Ja, vielleicht so. Dann vielleicht ein wenig dunkler. Zum Beispiel so. Und da ich gerne ein Stoff Sofa und kein Plastik Sofa hätte, würde ich jetzt hier diese Specularity auch runter regeln. Gehe also hier hin und setze die Hardness auf 5 und dann ganz wichtig die Intensität von der Specularity auch ganz niedrig. Also es kann durchaus so einen ganz leichten Glanz haben. Es muss nicht ganz matt sein. Also in der Regel ist es so ein bisschen schöner, wenn so ein ganz leichtes Specularity da ist. Dann schauen wir mal, wie das aussieht. Also so zum Beispiel. Ja, kann man lassen. Später könnte dieser Stoffbezug auch noch eine Struktur bekommen. Aber erst mal so als Stoff ist das eigentlich in Ordnung. Also keine starken Glanzlichter. Deswegen kriegt auch dieser Sessel diesen Bezug. Und damit ich diesen Bezug nochmal neu erstellen muss, wähle ich hier einfach aus der Liste diesen Sofabezug, den wir schon haben, aus. Damit verwendet jetzt auch dieser Sessel diesen Sofabezug. Und Sie sehen jetzt hier, Sofabezug wird zweimal verwendet. Dann das Nächste, diese Regalbretter. Weiß ich nicht, es könnte Holz sein. Machen wir sie mal als Holz. Also New Holzbrett und Holz ist in der Regel so bräunlich, gelblich. Also stelle ich hier mal so eine Holzfarbe ein. Das mache ich jetzt ein bisschen dunkler. So zum Beispiel. Ja, vielleicht so. Auch hier, dieses Holz soll nicht lackiert sein. Deswegen würde ich da auch die Specularity entweder ganz wegnehmen oder nur ganz leicht. In diesem Fall versuche ich mal, wie es aussieht, wenn ich die Specularity ganz runterregle. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel Sättigung, aber erst mal ist das so in Ordnung als Holz. Dann ganz wichtig natürlich auch die Wände. Also rechte Maustaste auf die Wände. Neues Material. Wandfarbe. Und diese Wandfarbe, die soll auch weiß sein. Darf ruhig auch ordentlich Farbe zurückstrahlen. Also 0,85. Also ein wenig heller als normal. Und bei der Specularity, die stelle ich jetzt auch nicht auf ganz 0, sondern weiß ich nicht, so 0,05 mit einer relativ geringen Hardness. Fangen wir mal bei 15 an. Wäre jetzt sogar etwas noch mehr Specularity. Das wäre natürlich zu viel, aber 0,1 war auch zu wenig. Vielleicht 0,01. Ne, 0,09. Schauen wir mal. Okay, und wieder hält sich der Unterschied in Grenzen, da es sich hier auch wieder um ein weißes Material handelt. Aber das kümmert uns nicht weiter, denn jetzt geht es darum, einen Boden zu erstellen. So, jetzt kommen wir in ein Problem, denn, wenn ich mal alles andere verstecke mit Shift-H, während die Wände ausgewählt sind, dann sehen wir, dass das jetzt also ein Objekt ist und dieses ganze Objekt verwendet jetzt hier dieses Material namens Wandfarbe. So, und wenn jetzt der Boden ein anderes Material haben soll, zum Beispiel aus Parkett sein soll, ja, was macht man dann? Jetzt könnte also eine Methode sein, man geht in den Edit-Modus und wählt alle Flächen aus, die hier zum Boden gehören und separiert die dann in ein neues Objekt, sodass man anschließend diesem neuen Objekt auch ein anderes Material geben kann, aber das ist gar nicht notwendig. Denn ein Objekt kann mehrere Materialien haben und das ist auch ein ganz wichtiges Thema von dieser Lektion, also wie ein Objekt mehrere Materialien verwenden kann und das kann man nun also so einstellen, dass man diesen Faces beziehungsweise den dazugehörigen Vertices ein anderes Material zuweist als dem Rest von dem Objekt. Also im Moment verwenden alle Faces das gleiche Material. Das kann man auch überprüfen, indem ich irgendein beliebiges Face auswähle, das hier zum Beispiel und jetzt bei Select zu Similar gehe, also ähnliche Faces auswählen. Der Shortcut wäre auch Shift-G, also Shift-G, das gibt es auch nicht nur hier, das gibt es in vielen anderen Modi auch, dass man also ähnliche Materialtypen, ähnliche Faces, ähnliche Objekte auswählt, also Shift-G und das Menü, was mir jetzt angezeigt wird, erlaubt mir jetzt hier alles auszuwählen, was das gleiche Material verwendet und das ist im Moment eben alles. Aber wie gesagt, man kann auch einzelnen Faces ein anderes Material zuweisen und zwar hier mit diesem kleinen Pluszeichen und jetzt wähle ich mal alle diese Flächen aus und zwar mache ich das auch mit dem Shift-G Menü, also drücke ich nochmal Shift-G und kann jetzt nicht nur nach Material auswählen, sondern zum Beispiel auch Co-Planar, also alle Faces, die auf der gleichen Ebene liegen, mit der gleichen Ausrichtung, deswegen drücke ich jetzt mal hier und das wählt mir alles aus, was hier mit dieser Fläche in einer Ebene liegt, das ist also alles das hier, der Fußboden und drücke jetzt auf dieses Pluszeichen und Sie sehen jetzt hier eine blaue Unterlegung mit einem roten Punkt, dieses rote Punkt, das zeigt mir an, hier kann ein Material drauf, aber noch ist eben kein Material zugewiesen und das, was hier blau hinterlegt ist, das ist ein sogenannter Materialindex und auf diesem Index kann ich jetzt ein neues Material erstellen, kann also jetzt hier bei New ein Material erstellen und nenne das jetzt mal Boden und wenn ich jetzt hier die Farbe ändere, später soll es ein Parkett werden, deswegen mache ich auch hier mal ein Braun, vielleicht so, dann sollten theoretisch jetzt diese Faces auch diese Farbe haben, richtig? Also, Object Mode, aber auch jetzt sind sie noch weiß und das liegt daran, dass man jetzt zwar diesen neuen Materialindex erstellt hat und diesem Materialindex ein Material zugewiesen, aber noch hat man diesen Materialindex noch nicht den Faces zugewiesen. Ich hätte also gut und gerne auch im Object Mode diesen neuen Index erstellen können und ich mache das jetzt mal und erstelle auch gleich ein neues Material und nenne das Decke, nur für den Fall, dass später die Deckenfarbe anders sein soll als die Wandfarbe. Aber Sie sehen, der Workflow ist der gleiche und es geht also jetzt nur noch darum, dass ich diesen Faces einen bestimmten Index zuweise, deswegen wähle ich jetzt hier Boden aus, also einmal hier drauf klicken und kann jetzt, solange ich im Edit Mode bin und diese Flächen ausgewählt habe, mit Assign diesen Index diesen Flächen zuweisen. Und jetzt haben die auch die Farbe geändert und wenn ich den Edit Mode verlasse, dann sieht man jetzt auch, dass diese Flächen jetzt in der Tat braun geworden sind. Genau das gleiche könnte ich jetzt auch mit der Deckenfarbe machen und tue das jetzt auch, also eine Fläche von der Decke auswählen, jetzt nochmal Shift-G, Coplanar, das wählt man dann alles aus, was mit dieser einen Fläche in einer Ebene liegt, also die Decke und jetzt habe ich wiederum zur Auswahl, welchen von diesen drei Indizes ich diesen Faces zuweise. Wir hatten ja gesagt, ich will die Decke zuweisen und das mache ich jetzt mal, wähle also hier diesen dritten Index aus und drücke auf Assign und wenn mir jetzt aber einfällt, dass die Deckenfarbe ja gar nicht unbedingt anders sein muss als die Wandfarbe und mir aber trotzdem noch nicht ganz sicher bin, dann könnte ich eine Sache machen und zwar ich könnte diesem Index ein anderes Material zuweisen und zwar kann ich jetzt hier sagen, dieser Materialindex, der im Moment noch Decke verwendet, der soll hier das Material Wandfarbe verwenden und jetzt habe ich hier zwei verschiedene Indizes, die aber jeweils das gleiche Material verwenden und Stichwort ist wieder verwenden und User und Sie sehen jetzt hier dadurch, dass ich zwei verschiedene Indizes habe, hat dieses Material Wandfarbe auch zwei User. Also wieder ganz wichtig zu merken, dass man nicht das Material direkt zuweist, sondern man weist zunächst einen Index zu aus dieser Liste, kann ich auch mehrere Indizes erstellen und diese Indizes, die werden dann hier, je nachdem was hier ausgewählt ist, mit dem Button Assign zugewiesen und wichtig zu merken dabei ist, dass ein Index ein Material verwendet, dass aber auch mehrere Indizes jeweils das gleiche Material verwenden können. So, wenn ich jetzt diesen Index wieder lösche mit dem Minus Zeichen, dann kriege ich eine Fehlermeldung, denn da dieser Index jetzt ein Teil von der Object Data ist, muss ich erstmal aus dem Edit Modus wieder rausgehen in den Object Mode, damit dann die Object Data, die man normalerweise im Edit Modus bearbeiten würde, ganz frei bearbeitet werden kann und damit dieser Index auch gelöscht werden kann. Also um diese Indizes zu löschen, erstmal aus dem Edit Modus wieder raus in den Object Mode und kann jetzt alle diese überflüssigen Indizes löschen, denn die brauche ich nicht, ich brauche eigentlich nur meine drei Indizes im Moment, also Wandfarbe, Boden und dann je nachdem, ob ich das brauche oder nicht, diesen dritten Index, der diesen Flächen zugewiesen ist, um dann da gegebenenfalls später noch ein Material für die Decke zuzuweisen und wenn man sich nicht ganz sicher ist, welcher Index welches Material verwendet, kann man auch hier auf Select gehen und je nachdem, was hier ausgewählt ist, werden anschließend alle Flächen ausgewählt beziehungsweise alle Vertices, die diesen Index verwenden. Also wenn ich jetzt auf Select drücke, dann weiß ich, aha, alle diese Flächen, die verwenden diesen Index und durch meine Vorführung eben hat sich scheinbar hier ein kleiner Fehler eingeschlichen, nämlich hier kann man jetzt sehen, dass dieser dritte Index auch diesen Flächen zugewiesen ist, aber diese Flächen sollen tatsächlich wirklich nur das gleiche Material sein, beziehungsweise zu dem gleichen Material Index gehören, wie der Rest meiner Wand auch, deswegen wähle ich jetzt diese Flächen hier aus, klicke auf den ersten Index, weise diesen ersten Index zu, sodass wenn ich jetzt hier nochmal Select klicke, nur noch meine Decke ausgewählt ist, beziehungsweise kann ich auch sagen, hier wähle mir alles aus, was dieses Material Boden verwendet, also gehe ich auf Select und damit ist mein Boden ausgewählt. So, also so können Sie einem Objekt mehrere Materialien zuweisen und es gibt noch ein Objekt in der Szene, wo ich Einzelne bearbeiten, aber statt jetzt Shift H zu drücken, möchte ich Ihnen noch einen anderen Trick zeigen, nämlich man kann hier bei View in den sogenannten Local Mode gehen und diesen Local Mode bitte nicht verwechseln mit den Achsen, heißen zwar auch Global und Local, tun aber was ganz anderes, also wenn ich hier diesen Shortcut verwende, Ziffernblock Schrägstrich oder Geteiltzeichen oder einfach hier dieses sogenannte Local Mode wird auch hier oben angezeigt in Klammern und dieser Local Mode der konzentriert sich eben nur auf ein einzelnes Objekt Sie sehen auch hier alle Ebenen sind weg sodass ich jetzt also gar nicht die anderen Objekte verstecken brauche aber ich befinde mich jetzt eben in einem Modus der sich jetzt nur auf das ausgewählte Objekt konzentriert sodass ich jetzt nicht abgelenkt werde und kann jetzt das auswählen was ich hier noch als anderes Material definieren will nämlich die beiden Füße also wähle ich hier eine Fläche von diesem Fuß aus eine Fläche von dem drücke jetzt STRG-L damit alles das was mit diesen Flächen verlinkt wird verlinkt ist ausgewählt wird und erstelle jetzt einen neuen Index drücke auf Assign damit dieser Index zugewiesen wird und kann jetzt ein neues Material erstellen und das nenne ich jetzt mal Metall und Metall ist wie wir wissen spiegelnd deswegen gehe ich hier direkt runter zu Mirror stelle hier weiß ich nicht vielleicht 50% ein und bei der Depth reicht auf jeden Fall 0 denn hier reicht es wenn einfach nur der Umraum gespiegelt wird und ob jetzt die Spiegelung sichtbar ist oder nicht das ist mir jetzt mal wurscht also das ist jetzt das Material für diesen Sessel jetzt gehe ich wieder aus dem Local Mode raus gehe wieder zu Global und habe jetzt wieder hier den Sessel das gleiche muss ich natürlich beim Sofa auch noch machen also gehe ich nochmal hierhin gehe mit dem Geteilzeichen auf dem Ziffernblock in den Local Mode jetzt hierhin wähle das aus und das drücke STRG L gehe zu meinem Material und sage hier neuer Index gehe auf Assign und muss jetzt natürlich kein neues Material mehr erstellen sondern kann hier einfach das auswählen was ich schon bei dem Sessel erstellt hatte nämlich Metall und prompt sehe ich hier auch zwei User also zwei Material Indizes nämlich der eine Index der ist bei dem Objekt Sessel und dieser andere Index der ist jetzt bei dem Objekt Sofa also nochmal raus aus dem Local Mode und jetzt mal rendern man wird zwar nicht viel von dieser Spiegelung sehen vermute ich mal aber auf jeden Fall ist sie da und wir werden hier den Fußbunden auch gleich sehen und da können wir später noch ein schönes Parkett drüber legen aber erstmal ist es jetzt farblich voneinander getrennt ein bisschen was von der Spiegelung sieht man hier auch bei den Füßen von dem Sessel und als neues Material nenne ich auch direkt Glas und gehe jetzt hier zu Transparenz aktiviere Raytrace Alpha Wert auf 0 denn die Gläser sind komplett transparent da sie aus Glas sind kriegen sie jetzt auch den Index of Refraction der normalerweise von Glas verwendet wird und das ist 1,5 die Depth muss sich erhöhen auf mindestens 4 andernfalls würde das etwas merkwürdig aussehen denn wir haben hier mehrere Oberflächen durch die die Strahlen durchgehen müssen also 4 zunächst mal und dann weil Glas auch spiegelt hier auf jeden Fall Mirror auch anschalten das auf 0,2 ungefähr also so Depth 2 müsste auch ausreichen und jetzt schauen wir mal wie das Ganze aussieht und Sie sehen es also hier sehr schön diese Glasmaterialien aber eben auch wie lange Blender daran rendert also er hat ja ganz schön zu tun so also wir sind jetzt schon bei über einer Minute und einfach nur dadurch dass wir jetzt dieses Raytracing hier verwenden aber ein Objekt kann natürlich nicht nur entweder glänzen oder nicht glänzen rot sein oder blau spiegeln nicht spiegeln transparent sein und so weiter sondern es kann zum Beispiel auch gemustert sein oder kann eine raue Oberfläche haben also alles Einstellungen die man hier in den Materialeinstellungen nicht vornehmen kann und diese Eigenschaften die kann man eben mit Texturen einstellen und das ist auch das Thema Teil eines Materials also die Texturen die finden sie hier in diesem Schachbrett musterartigen Panel das sind also die Texturen und Texturen sind immer Teil eines Materials also man kann nicht einem Objekt direkt eine Textur zuweisen sondern eine Textur ist immer Teil eines Materials das heißt wenn ich einem bestimmten Objekt eine bestimmte Textur zuweisen will dann brauche ich erstmal ein Material das dieses Objekt verwendet und dann kann ich anschließend diesem Material eine bestimmte Textur zuweisen und im Blender gibt es schon eine Textur die bei dem Standard Material vorhanden ist und diese Textur heißt Tex und hat aber keinen bestimmten Typen also wenn ich das jetzt rendere dann passiert hier nichts besonderes und das liegt daran dass diese Textur die hier zugewiesen ist noch keine Einstellung hat und um jetzt hier einen Effekt zu erzielen muss ich bei dieser Textur zunächst mal einen bestimmten Typen festlegen und es gibt es hier verschiedene Arten von Texturen und die meisten dieser Arten sind sogenannte prozedurale Texturen und eine der meist gebräuchlichsten prozeduralen Texturen ist die Clouds Texture also die Wolkentextur und wenn ich die hier mal einstelle und das jetzt rendere in der Vorschau sehen Sie auch schon nun wo kommt diese Farbe her in Blender ist es also so dass eine neue Textur automatisch immer pink dargestellt wird das ist zwar nicht besonders schön aber es zeigt einem eben auch dass man hier noch was zu tun hat also Blender versucht einen jetzt durch diese pinke Warnfarbe daran zu erinnern dass man noch die Texture Eigenschaften einstellen muss und eine dieser Texture Eigenschaften ist eben die Farbe und im Falle von dieser Wolkentextur würde diese Farbe dann eben diese weiße Farbe die wir hier sehen ersetzen so ich scroll jetzt hier mal runter und jetzt sieht man hier die Farbeinstellungen und die mache ich jetzt aber noch mal zu weil im Moment werden die noch nicht verwendet dann gibt es hier die Einstellungen wie diese Wolken aussehen sollen also einmal kann man hier die als Grau darstellen lassen dann kann man aber auch auf Color stellen dann wird hier so ein kunterbuntes Farbmuster verwendet dann kann man hier umstellen von Soft auf Hard und die Vorschau zeigt einem hier eigentlich ganz gut wie das Ganze denn aussehen wird also dann hätte man hier solche Muster es gibt noch verschiedene Arten wie man diese Wolken noch einstellen kann das können Sie mal ausprobieren also hier gibt es viele verschiedene Varianten die alle sehr interessant aussehen dann kann man die Größe einstellen je nachdem wie ich hier die Size einstelle ist die Sextur mal größer mal kleiner also das wäre jetzt eigentlich fast nur noch ein Rauschen und dann gibt es noch das Mapping und da kommen wir gleich zu und wenn ich hier mal weiter runter gehe dann gibt es hier ein Panel namens Influence und hier finden wir jetzt auch diese pinke Farbe und diese Farbeinstellung die wird eben immer erst mal verwendet wenn man eine neue Textur erstellt und die kann ich jetzt hier auch ändern und je nachdem ob ich jetzt hier rosa pink grün oder blau verwende wird eben diese Farbe dann hier entsprechend auch eingesetzt wenn man diese Farbe auf weiß stellt dann hat man danach keinen Effekt mehr weil die Grundfarbe weiß wird jetzt hier mit diesem weiß das war jetzt nicht ganz weiß aber das wird jetzt gemischt wenn ich hier jetzt eine schwarze Farbe einstelle dann hätten wir nur noch ein schwarz weiß Muster und ich gehe jetzt noch mal etwas hoch und stelle die size wieder zurück auf 0,25 also das wäre jetzt hier dieses schwarz weiß Muster und diese Farben die kann man eben auch überschreiben und zwar wenn ich hier also ich lasse jetzt mal diese Farbe so wie sie ist aber wenn ich hier jetzt mal hochscrolle zu diesem Colors Panel dann kann ich hier einen Farbverlauf einstellen und dieser Farbverlauf der heißt im Blender eine Ramp Color Ramp und hier kann ich jetzt zwei Farbverlaufs Farben einstellen nämlich einmal die farbige links die ist aktiv das sieht man daran dass dieser kleine Strich hier das ist so ein geriffelter gepunkteter Strich das ist also die aktive Farbe hier drüben ist also ein nicht geriffelter Strich der besteht nur aus Schwarz und Weiß hier oben ich kann den auch mal etwas rüber ziehen sobald der aktiv ist wird hier gepunktet und je nachdem welcher hier aktiv ist mal der eine gepunktet mal der andere sodass ich jetzt hier also Farben einstellen kann und im Moment ist es so dass der Farbeimer könnte man der hier links ist der im Moment 0 also hier wäre diese Farbe jetzt vollkommen transparent wenn ich den Farbeimer mal hier drüben auswähle dann ist der weiß wenn ich den jetzt in der Farbe ändere dann sieht man hier dass jetzt dieses was vorher weiß war wird jetzt blau sodass ich hier jetzt also immer noch die weiße Farbe hatte die ich vorher auch hatte aber die andere Farbe die wird jetzt eben durch dieses blau ersetzt nun das hier jetzt weiß ist statt schwarz das liegt daran dass der Farbeimer hier drüben eben diese Transparenz eingestellt hatte das heißt im Moment wirkt sich diese schwarze Farbe auf meine Materialfarbe nicht aus da hier eben diese Farbe transparent ist wenn ich jetzt den Alpha Wert auf 1 setze dann hätten wir jetzt natürlich eine blau schwarze Musterung und so kann man eben mit diesen Farbeimer einstellen wie die Farben hier verlaufen man kann auch neue Farbeimer hinzufügen sodass ich jetzt hier in der Mitte noch eine ganz andere Farbe einstellen könnte und da beziehe also einen Verlauf zwischen schwarz pink und blau nun diese Farbe die bleibt erhalten auch wenn ich den Typ der Textur ändere also wenn ich hier von Wolken auf zum Beispiel Marble also Marmor gehe dann sehen Sie bleibt dieser Farbverlauf erhalten nur das Muster ändert sich sodass man hier jetzt also wie so eine Marmortextur erstellen kann vielleicht sollte man da keine pinke Farbe verwenden sondern etwas bräunliches und dann auch kein blau sondern ein gelb orange vielleicht sowas hier dann je nachdem wie man hier die Farben einstellt und später auch hier dieses Marmormuster kann man hier also dann die Erscheinung von dieser Textur verändern also hier gibt es viele Möglichkeiten das Ganze einzustellen also da würde ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen hier können Sie mal ausprobieren was für Texturarten es hier gibt aber was man hier auch einstellen kann ist die Influence also der Einfluss und jetzt gehe hier noch mal runter zu den Influence Einstellungen die Color die aber hier bei der Influence das schauen wir jetzt mal genauer an also hier kann man einmal einstellen dass diese Textur die Farbe von dem Material überschreibt und zwar im Moment ist das zu 100% der Fall wenn ich das jetzt etwas runter stelle dann werden diese Farben hier schwacher werden und je nachdem welche Farbe ich vorher für die diffuse Farbe von dem Material eingestellt hatte wird sich eben diese Farbe dann blau war dann scheint jetzt diese blaue Farbe hier durch diese Textur durch wenn die Farbe auf 1 steht dann wird die Farbe eben komplett ersetzt